Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Thaymi wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung und zwar fahre ein Fahrzeug von Sweet Descents nach Blazin Park und in diesem Video machen wir das zusammen und am besten nicht mit Solo oder Trio oder Teams. Ja, starten. Ihr könnt auch ein Like da lassen und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich echt sehr, sehr freuen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Es ist gleich. Leute, auf jeden Fall, ich habe mir diese Pickaxe gekauft, die von Wikinger. Die hier. Ähm, ich habe mir sie gekauft, mit einem Tank auf jeden Fall hier. Weil letztes Mal so viel in Itemshop war, fand ich sie, die Pickaxe, auf jeden Fall geil. Da habe ich mir sie nicht gekauft. Aber jetzt ist sie wieder in Itemshop bekommen und jetzt habe ich sie auf jeden Fall gekauft. Eine Pickaxe, relative Tryhard Pickaxe und richtig geile Pickaxe. Deswegen habe ich mir sie auch gekauft. Und ja, ihr müsst, Sweet Descents ist hier und Blazin Park ist hier. Ihr müsst einfach diese Strecke hier fahren, so. Hier nicht in Chits Towers reinfallen, soll man hier kleine Abkürzungen nehmen und dann von hier. Ich springe jetzt ab. Also, wenn ihr diesen Weg, also hier gibt es Auto und hier gibt es Auto. Ihr fährt einfach mal so, 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 so. Nicht in Chits Towers rein, ähm, weil ihr wird dann locker tot sein. Ihr nehmt eine kleine Abkürzungen, ihr macht so und diesen Weg nach da. Und ja, wir gehen jetzt mal nach Schwittersenz und bringt, ähm, wie heißt das? Ein Auto? Ja. Wir holen uns ein Auto und dann fahren wir direkt diese Strecke hier so an die Abkürzungen und dann so und dann nach da. Auf jeden Fall. Eine ganz relative, einfache Herausforderung. Ähm, ich zeig's euch mal vor. Am besten ihr nehmt so ein Lamborghini hier. Es kann hier sein oder es kann auch da vorne da sein. Okay, wir beginnen mit Spanien. Hier ist auch noch, wenn ihr gesagt habt, ihr müsst euch ein bisschen, ihr müsst ihr ein bisschen auffassen, hier einfach die Strasse langfahren. Oh, 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 oh mein Gott. Das ist nicht wirklich so. Das ist geil. Okay. Sollte mal einen Führerschein machen. Hier seid ihr bei Shepthaus angekommen. Nicht da rein gehen. Eine kleine Abkürzungen nehmen. Bisschen Togo geben. Togo, Togo, Togo. Ich hab' auch Togo gegeben. Wir haben eine kleine Abkürzungen genommen. Nein, das ist uns keine Ahnung. Nein, wir haben keinen Tank mehr. Oh mein Gott. Nein. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht klar. Wenn nicht, dann müssen wir eine neue Motiv. Okay, es hat geklappt. Ähm, ich habe da leider kein Turbo mehr. Mein Benzin war leer. Egal, er hat nicht das erzählt. auf jeden fall war leer und ja auf jeden fall das war schon mit dem video ich habe euch eine kleine abkürzung gezeigt und so geht das auf jeden fall ich hoffe das video hat mich geholfen und gefallen könnt ein like da lassen und den kanal abonnieren und den vlog aktivieren ich würde mal sagen bis zum nächsten mal ja